Royaler Nachwuchs in Monaco, Louis erwartet ein Kind Das Fürstenhaus von Monaco bekommt Zuwachs. Louis Ducrüt, 29, ist der einzige Sohn von Prinzessin Stephanie von Monaco, 57, und stammt aus ihrer Ehe mit Daniel Ducrüt. Im Sommer 2019 hatte der royale Spross seine französische College-Liebe Marie Chevalier geheiratet. Jetzt scheint sich ihr langer sehnter Wunsch nach Kindern und einer eigenen Familie endlich erfüllt zu haben. Denn Louis hat nun verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Die erfreulichen News hat das verliebte Paar auf Instagram verkündet. Als Nachrichtenüberbringer hat ihr Hund Pancake hergehalten. Denn auf dem Bild trägt er ein Haltstuch mit der Aufschrift, ich bin bald ein großer Bruder. Louis und Marie sitzen jeweils zu seiner rechten und seiner linken und strahlen in die Kamera. Die Unterschrift des Bildes lautet, bald beginnt ein Abenteuer. Gefolgt wird die Aussage von einem Herz-Emoji. Auch andere Royals scheinen sich mächtig für das Paar zu freuen. So gratulieren Ihnen unter anderem Jasmin Grace Grimaldi, 30, und die Ex-Frau von Louis von Luxemburg. Tessie Antoni, 37, unter dem Beitrag. Auch viele Fans teilen ihre Glückwünsche.